Nichts ist so wechselhaft wie das Wetter. Mit dieser kabellosen Wetterstation sind Sie aber immer auf dem Laufenden. Der mitgelieferte Außensensor übermittelt die Daten an die Basisstation. Diese zeigt aber nicht nur die aktuellen Werte, sondern errechnet auch für die nächsten Tage eine Wettervorhersage. Die Wetterstation bietet Ihnen wesentlich mehr als nur Innen- oder Außentemperatur. Auf dem großen Display erfassen Sie die einzelnen Wettersymbole auf einen Blick. Das eingebaute Hygrometer misst die Luftfeuchtigkeit. Eine Luftdruckgrafik zeigt die Werte der letzten zwölf Stunden und den aktuellen Messwert an. Selbst die örtlichen Zeiten für Sonnenaufgang und Untergang sowie Mondphasen und Gezeiten stellt die Station dar. Praktisch, dank zwei einstellbarer Weckzeiten können Sie die Station auch prima als Wecker nutzen. Praktisch ist außerdem ein Temperaturalarm, der Sie im Winter vor tiefen Temperaturen warnt und somit auch vor glatter ist. Erstens. Bis zum nächsten Mal.